Du spielst einfach. Genau. Du bist doch schon reich. Komm, Yannick. Du bist heute ein Huni. Huni. Probe? Sag, Vigo, genauso. Warte, weil... Du dich so deprimiert hast. Probe, früher dann über Discord, dann weißt du das. Ich hab sogar meinen Panda geswitcht dafür. Mein lieben Panda. Damn. Ich muss besser in Solos werden. Ich muss solos spielen. Ich muss Hintergrund und sowas machen. Wenn ich spielst, hauert gleich. Dann, kannst du aufpacke? Oh, schau mal deinen Namen an. Okay. Valid Name, I guess. Hast du den Namen gerade gesehen? Ja. Kranker Name, oder? Was geht, was geht, was geht? Streamst du? Ja. Ich mach Coach. Coachings. Ohne einen Drop, Digga. Ohne einen Drop. 100. Ist der Biss. Schlauch spielen. Nicht doof spielen. 100. Gäste sind noch ein 50er Hit. Nicht durch vorne da. Was hält das ja? Ja. Woh. Jetzt hat er das. Echt. Ich kann das nicht hin. Ich kann das nicht hin. Oh wow. Das war's für heute. Moment. 100. Sehr gut. Danke. Boah, da soll man wirklich umfallen. Der Hund hat alles gewusst für mich. Mhm. Alles gut, ich weiß noch mal wo ein Pick liegt, wenn ich sonst... Wir sagten, hast du einfach mehrere Trinkflaschen hinter stehen? Ja. Ist man smart. Ich sag, man muss sich mehr beklagen. Ja. Oh, hast du noch einen Fist ja nicht. Okay. So gut, Lut. Du brauchst noch Holz zum Bau. 80. Crack. Sehr stark, sehr stark. Eingeheizt, so wie schon der. Tata, was geht? Nein, doch. Die zwei. Oder die zwei. Ich ruf euch zu Anime. Jutze. Ach das. Ich weiß auch, der ist nicht schlecht. Oder er ist gut. Scheiße. Wie schon hast du gespielt? Ja, ja. Was geht Xizi, was geht? Es war sehr gut gespielt. Vor allem Schlau da unten lang zu gehen. Um ihn zu pumpen. Jermaine, was geht, was geht. Ich habe Jutsun schon abgeboten, mit mir von Brücke zu sprechen. Jutsun passt höchstisch. Jermaine? Okay, gut. Machen wir, Jermaine. Nein, einen Tag genommen. Deswegen werde ich jetzt nicht gewinnen. Jermaine kannst mich schäden. Reza 7, 7, 7. Aber wir machen nicht heute. Wir machen irgendwann anders. Weil er heute nicht im Re-Call ist. Vielleicht nicht im Re-Call. Wir machen in deiner Box. Du brauchst nichts. Du brauchst nichts. Du brauchst nichts. Verkomm' mich. Es ist immer gut. Ich habe keiner zu grieven. High beat. Es geht mir eigentlich um Kills oder irgendwas. Ich gehe lieber nur grieven da unten. Ich meine, der durch griefe, desto besser für mich. Lisa 7, 7, 7. Ja, so heiß ich gerade. Ich glaube, mit der Zeichen sogar. Wenn du Mets haben willst, kannst du ihn gehen. Naja. Aber er ist nicht gut. Ich habe ja hochbaugt. Nur für mich. Natürlich. Du bist sicher. Ich weiß nicht, was das blöd. Oh, danke. Oh, die nimmt er dir. Er hat nichts gelesen. Was geht da? 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 Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ich bin gut. Was geht da? Fünf, Zweiten. Drei Armored Wall. Gleicher. Entweder ich habe gerade gekocht oder ich habe gerade rückwärts gekocht. Ich habe natürlich gekocht. Ich habe gekocht. Aber ich habe eh Daishers gemacht. Nein, ich habe da jetzt gesehen. Ich sage eben frech. Ja. Über dir, pass auf. Ja. Boah, wie clean das du tatet war, Alter. Äh, wirklich okay. Guck auf links. Ja, links von dir, links. Ja. Nicht für den gehen. Du musst hoch gehen. Sehr stark. Ja. 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 Ja, China. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ich bin gleich nach Links. Das ist ein guter Mensch. Oh, nice. Wir sollen jetzt noch weiter. Da geht's. Was ist hier? 4-0-3. Gibt es noch nicht im Saum. Lass mir noch was. War 14. Oben sollte keiner sein. Gibt es noch? Oben sollte keiner sein. Sehr stark. Du hast mit. Komm. 6 Mets. 3, 2, 1. Da liegen noch Mets. Du hast gute mit. 3, 1 noch. 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 3 Arme so aus. 3 Arme so aus. 1 Arme so aus. Und Leute noch im Leben. Noch 21 Wiss. Ich geh Wiss mal. 2 Wiss. 1 Punch in mir. 2 BME die raus. 4 Betera Wiss. 3 Leute im Leben. Leider noch drin. 3 Bidet. 4 Bid. 4 Bidуди. Du hast noch zwei Builds, nicht vergessen. Ich bin die Goat, das will ich mal ganz kurz hier sagen, okay? Ich wurde zweiter, 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 dritter, dritter, dritter und das ist mein Win, okay? So, 100 Euro mehr, das heißt, morgen kann ich essen gehen. Let's go. McDonald's geht auf mich morgen. Let's fucking go. Morgen fresse ich mich fett. Oh mein Gott. Bei welchem McDonald's? Angersdorf.